Fuck, verpufft? Der Geist ist verpufft! Oh oh. Darf ich vorstellen, Leute? Monster Zoo. Ähm. Das ist das, wovor ich jetzt so viel Angst hatte. Und man hört auch schon, die Musik hat sich geändert. Ähm. Ähm. Ich schreibe das hier mal kurz. Monster Zoo. Ähm. So, wieder hier rein. Zack. Und da ist so eine alte Federmaus. Ich glaube, die könnte uns spawnen. Nee. Die spawnen wir sogar. Wie gesagt, das Spawnen auch Bosse, das ist das Kranke. Ähm. So, ja. Kommt ruhig alle her. Gut, die Gelegenheit hier nutzen wir jetzt. Um, ähm. Was zu essen. Brauchen wir. Zack. Stirb's. So. Bitte. Stirb's. Ja, du kommst jetzt auch noch von hinten. Ich hasse es, wenn die Viecher von hinten kommen. Geht's doch alle kaputt? Oh nein. Ich seh da was Böses. So. Hier. Haben wir erstmal wieder was gebufft bei uns. Dieses Viech da. Das ist richtig scheiße. Weil es nämlich auch ein sehr guter Fernangreifer ist. Geh kaputt. Hier geht's alle kaputt, bitte. So. Ähm. So. Bitte einfach nur alle sterben. Bitte. Ich hätte echt nichts dagegen. So. Da hier steht übrigens ab, wie viele Monster noch im Monster so übrig sind. So. Das ist halt mal nur alle kaputt. Da liegt Geld drum. Geister sind hier jetzt noch. What the fuck? Stirb. 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 Und auch die beiden sind übrig. Ja. Oh mein Gott. Stirb. Ha. Wir haben die Monster so nicht gecleared. Ein Viech ist entkommen. Wo ist das letzte Viech? Wo ist das letzte Viech? Na gut. Dann müssen wir mit der Musik erstmal weiterleben. Bist du das letzte? Ja klar, die können sich porten. Ha. Monster so gecleared. Das Monster ist so gecleared. You bloody reward. Wir haben irgendeine Rüstung bekommen. Ähm. Schauen wir uns die mal an. Vorsog der Abscornet King. Besser als unsere momentane Rüstung. Wow. Dafür haben wir jetzt extra. Oh. Okay. Wir haben auch richtig viele Erfahrungspunkte bekommen. Oh. Ich muss mich mal wieder strecken. So wieder eine Qu-Quest. Was? You must find the item binbolem. Okay. Na jetzt haben wir wenigstens schon mal die größte Gefahr hier auf dieser Ebene vernichtet. Kalk. Mein Inventory ist nicht voll, du Blatt... Arschloch. Du Blattloch. Wollte ich schon fast sagen. Ah. So. Was können wir denn hier jetzt mal wieder pressen? Ah, hier. Könnten wir mal was wieder machen? Ich wollte mich wieder bei etwas Aluminium freuen. Können wir uns Eisend machen? Nein. Aber hier. Wir könnten uns ein paar Diggel-Omelettes machen. Ähm. Cheesy-Omelette. Okay. Ähm. So. Weiter geht's. Obwohl. Ich schau mal kurz was. Vielleicht können wir uns ja. Ähm. Einen guten Helm oder so machen. Weil ich glaub, ein Helm... Eventual... Äh, Andrew hat gerade gesagt, dass wir eventual auf Hardtetten zocken sollen. Ähm. Bin gleich Ebene 3. Ja, jetzt fällt's denen auch endlich auf, dass es schon ziemlich lange dauert. Gott schmeißt Zieren vom Himmel. Ähm. Das kommt jetzt hier unten noch eigentlich alles. Hab ungefähr gar nicht die ganze Liste gezeigt. Ähm. So. Mein Gott. Kann da immer irgendwas Interessantes kommen? Mein Traum ist es, die Katana hier zu schmieden. Obwohl, Ebene 5. Ähm. Besides, eigentlich, wir dürften jetzt bald eine Katana schmieden können. Und das hier will ich auch schmieden. Eine Fullplate-Armor. Stahl-Karüs. Bräuchten wir dafür. Aber Ebene 5 haben wir, glaube ich, lange noch nicht. Ich glaube, wir sind erst Stufe... What the fuck, Creep? The fuck? Ich will kaufen. Ach, geht nicht. Ähm. Was soll ich denn jetzt gerade schauen? Ah, genau. Ähm, Skills. Welches Level sind wir denn da schon? Eins, zwei, drei, vier. Eins brauchen wir noch, dann... Ähm. Könnten wir uns die Katana machen. Aber dauert ja auch nicht mehr lange. Ah, ich sehe gerade da oben links die Quests. Weil diese Totenköpfe auf der Karte... Falls es Totenköpfe darstellen sollen. Ich gehe jetzt einfach mal in diese Richtung. So, dann rennen wir mal rüber. Zu diesem Tod... Alter! Geh mir nicht in den Weg. Du gehst mir auch nicht in den Weg. Warum? Ich habe nur die Fettig. Ja, stimmt. Ich habe ja ganz vergessen, dass der auch noch hier rumgammelt. Zack. Oh, ich sehe gerade, dass wir den Graben ziemlich Damage machen. Und den jetzt übergebrannt haben. Und der hat gar nichts liegen lassen. So. Hier, die Totenköpfe bewegen sich. Blacktube Lobby. Stirb. Und dort unten dürfte der Letzte sein. Ja. Wir haben jetzt irgendwie da was Krankes bekommen. Jetzt müssen wir zu diesem... Augenkack gehen. Hier brauchen wir das hier nicht. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Wohl Lockpicks können wir immer gebrauchen. Die Lockpicks auch. Und du stirbst. Ähm. Das wird noch ein sehr langer Tag. So, wo sind wir jetzt rausgekommen? Sind wir... Nein, das Augenteil ist dort vorne. Gehen wir mal hier links lang. Vielleicht würde es wieder nach oben gehen. Salpeter. Wollte ich mitnehmen. Was macht das Viech? Das kommt eigentlich jetzt in der nächsten Ebene. Stirb. Stirb. Ähm. So, ATG's. Hom nom nom. Ich brauche einen Ludwist Cube. Ich muss meinen ganzen Mist loswerden, um Ludwist zu machen. Ich brauche einen Ludwist einfach. Ludwist ist eine Lebenseinstellung. Und... Da, 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 da. Das ist die... Dobe Mumie. Ich mag Mumie nicht. Die sind irgendwie... Bäh. Von mir fällt Kram was ein. Ähm. Ah, hier. Die Besse Rose. Was ist das jetzt? So. Gut, jetzt haben wir einfach so eine Besse Rose. Gehen wir mal hier runter. Nein, Potato. Was haben wir noch für Quests? Zwei Quests haben wir noch. Ähm. Gut. Truhe. Zehn Softbälle. So, entschärfen. Mir ist aufgefallen, ich habe ja noch hier irgendwo drei Evil Chests rumfliegen. Wäre auch mal Zeit, wenn ich die mal aufmachen würde. Wo waren die denn nochmal? Ich meine irgendwie, dass die hier unten gewesen sind. Nee. Ähm. Rauf, 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 rauf. Hier liegt hier dieses kranke Teil. Hier liegt schon wieder ein dummes Schild. Ah, stimmt. Dort oben war ja wieder der Monster. So, ich könnte mal die Pfeile hier aufheben, die ich verballert habe. Zack, zack, zack. Du schon wieder. Geh. Sterben. Tot. Und links. Rauf. Oh, können wir nicht entschärfen. So, hier. Ähm. Ich glaube, damit müssen wir dieses Teilopfer, was wir da bekommen haben. Ähm. Wo ist das? Wo? Nicht Lockpicks. Hier. Mein Gott. Wir haben wieder so einen komischen Holzklüppel bekommen. Ach, ich liebe das. Ähm. Gut. Eine Quest ist hier noch, aber die wird mir jetzt hier gerade nicht ange... Doch, ich weiß, wo sie ist. Ich sehe jetzt hier gerade auf der Karte. Wir müssen aber nur nach rechts. Aus. Ich gehe da nicht rein. Ich gehe da nicht rein. Ich habe ganz vergessen, dass das Portal hier noch rumfliegt. Was ist das? Das war blauer Lootfisk. Ähm. Was müssen wir denn eigentlich machen, Binder Bullen? Ähm. And take it to the eyeball shrine. Okay. Wir wissen ja, wo der ist. Nein, aus! Ich mag mich da durchgehen. Mein Leben ist mir doch lieb. Ähm. Rauch, rauf, 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 rauf. Auf zum eyeball shrine. Gut. Wir haben einen Ring bekommen, der... uns wahrscheinlich so viel bringt, wie ein Stück Scheiße in Milch. Und zwar nichts. Gut. Ähm. Jetzt geht's downstairs. Miessebene. Nein, wir gehen da nicht rein. Keiner kann mich dazu verführen. Und runter. Ich schreibe dir, dass ich jetzt Ebene 3 bin. Ebene 3. Ja, das sieht hier schon wieder etwas anders aus. Viel technischer. Und man sieht hier gleich schon diesen fetten Roboter. Oh Gott. Wieso hält denn der so viel aus? Ich hab doch so gute Sachen. Ähm. Marvin scheint sich nicht für mich mitzufreuen. Ähm. Ja, wie viel Punkt haben wir denn? 28.500. Ich fragte mal kurz. Wie viele Punkte habt ihr schon? So, ist das eine Tool, die wir aufmachen können? Klar. Clute Iron, Eisensword. Iron, Eisensword. Geiles Denglisch, Leute. So. Marvin hat 21.000. Und er hat die Gruppenchat verlassen. Knapp 30.000. Ja, wir haben jetzt knapp 30.000 Punkte. Marvin hat 21.000. What the fuck? Der Android hat 42.708. Alter. Nein, bitte nicht. Es lädt mir zu lange. Oh. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Äh. So, ich hab's denen jetzt geschrieben, dass ich tot bin. Monster Zoo. Wie ich das hasse. 28.888... Ja, 28.884 Punkte. So, Leute. Ja. Ja. So, Leute. Ja, soviel zu mir. Mein Rekord ist 76.500. So. Ähm. Ich bin dann erstmal ausgeschieden. Ihr werdet dann das Ergebnis erfahren. Ich hab schon mal nicht gewonnen. Na, Leute. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Dann würde ich mal sagen, hat's rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.